Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Immobilien. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme zweite Adventswoche. Es hat sich bereits bereit gemacht, dass Immobilien nicht mehr wie vorgesehen als Wohn- oder Gewerbestätte, sondern als Investitionsobjekt missbraucht werden. Diese Entwicklung führt zu zahlreichen leerstehenden Wohnimmobilien und Geschäftsräumen. Das Schlimmste jedoch, wegen Verknappung steigen die Mieten. Dieser unvernünftigen Entwicklung muss unbedingt entgegengewirkt werden. Ein Eigentümer einer Immobilie soll selbstverständlich selber entscheiden können, ob eine Immobilie privat genutzt wird, also Eigenbedarf, oder vermietet werden soll. Wichtig ist nur, dass sie genutzt wird und nicht über längeren Zeitraum ungenutzt leer steht. Um dem entgegenzuwirken, sollte, sobald eine Immobilie sechs Monate ungenutzt ist, ab dem siebten Monat die Miete des vorherigen Mieters, wenn nicht neu ausgeschrieben, sonst der neu ausgeschriebene Mietpreis der Immobilie, oder, wenn sie noch nie vermietet worden sein sollte, die Höhe des regulären Mietspiegels für diese Immobilie als Ausfallgebühr durch den Eigentümer in die Stadtkasse zu entrichten sein. Grundlage ist die Kaltmiete. Selbstnutzung ist nachzuweisen, um der Ausfallgebühr zu entgehen. Sollte die Beseitigung von Schäden eines vorherigen Mieters das rechtseitige Weitervermieten nicht möglich machen, so kann eine Fristverlängerung beantragt werden. Zudem können Mietausfälle durch Mietnomaden und Instanzsetzungskosten in der Hälfte des Betrags gegengerechnet werden. Darin sind keine Modernisierungen oder Änderungen des ursprünglichen Zustands einer Immobilie inbegriffen. Der Kauf einer Immobilie muss der Allgemeinheit nutzbar sein und darf unter keinen Umständen nur der Spekulation dienen. Betrugsversuche von dieser Regelung müssen harte Strafen zur Folge haben. Es muss sich für einen Eigentümer eher lohnen, günstig zu vermieten, als eine Immobilie leer stehen zu lassen. In dem Sinne sollte die selbstgenutzte Immobilie für Familien gefördert werden. Zum Beispiel eine Befreiung von der Grundsteuer, wenn drei oder mehr Kinder mit in diesem familiären Haushalt leben. Unter drei Kinder eine entsprechende Reduzierung, sofern Kinder im Haushalt leben. Zum Thema Familie wird es noch ein gesondertes Video geben. Wenn eine Immobilie verkauft werden soll, hat ein Eigentümer das Recht, dieses ohne Ausfallgebühr zum Verkauf anzubieten, wenn sie vorher nicht länger als drei Monate leer stand. Sonst muss die Gebühr auch während der Ausschreibung für den Verkauf entrichtet werden. Bei Ferienwohnungen oder Häusern, die vermietet werden, muss sichergestellt sein, um die Ausfallgebühr zu vermeiden, dass mindestens 150 Tage im Jahr das Mietobjekt genutzt wird. Unter 150 Tage Vermietung eines Ferienmietobjekts wäre anteilmäßig der Betrag für den Leerstand auszugleichen. Die vermieteten Tage können von der Gebühr abgezogen werden. Makler für den Verkauf oder Vermietung einer Immobilie, unabhängig ob Wohnung, Haus oder Gewerbefläche, sind vollständig vom Auftraggeber zu entrichten. Jedwede Abwälzung von Maklergebühren auf Käufer oder Mieter muss sanktioniert werden. Es sei denn, ein Objektsuchender hat einen Suchauftrag für ein Miet- oder Kaufobjekt veranlasst. Suchaufträge dürfen jedoch niemals die Miethöhe oder den Kaufpreis für die Maklerhonorierung, sondern nur die Zahl der Angebote oder einen Pauschalpreis für die Dienstleistung zugrunde legen. Bei Familien mit Kindern ist die Maklergebühr aus Steuergeldern zu zahlen, sofern die gekaufte Immobilie anschließend privat genutzt wird. Eine angenehme Restwoche und ein schönes drittes Adventswochenende wünsche ich euch. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg. Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.